Herzlich willkommen bei kristallica.tv und heute haben wir in unserer Reihe einzigartige glaskunst einen im wahrsten sinne des wortes einzigartigen blickfang für sie die wanduhren der abstrakt serie zeigen ihnen nicht nur an was die stunde geschlagen hat sie machen auch eine gute figur an jeder wand handgemacht und in einem speziellen verfahren der glasbläserkunst hergestellt beeindrucken sie nicht nur durch ihre schiere größe 50 cm ist jede von ihnen hoch egal ob im green gold oder black fusion look hergestellt werden sie mit einer sogenannten fusing technik das englische wort fusing bedeutet so viel wie verschmelzung oder vereinigung und genauso funktioniert auch normalerweise wird ja das heiße glas vom meister geformt hier wird allerdings das kalte glas auf einer platte angeordnet und in einem speziellen fusing ofen auf über 800 grad celsius erhitzt und dabei verschmilzt das glas und es entstehen immer neue aufregende muster benutzt wird diese technik auch häufig bei architektur objekten oder eben bei gebrauchsgegenständen und kunstobjekten wie diesen uhren hier das geheimnis ist dass so große sehr stabile stücke hergestellt werden können und stabil sind diese uhren auch wenn das bei ihrer zukünftigen bestimmung kaum eine rolle spielt denn sie sollen ja nur die zeit anzeigen und das tun sie mit präzision unsere wanduhr in der abstrakt reihe gibt es in den ausführungen green red gold und black 66 euro ist der preis es sei denn sie bestellen jetzt telefonisch dann kann ich ihnen noch einen zehn prozent rabatt anbieten also einfach anrufen 0800 döbern und noch ein kleiner tipp zum schluss die fusing technik kommt bei vielen weiteren unserer produkten zum einsatz so könnte diese uhr nur der beginn einer kleinen kollektion bei ihnen zuhause sein klicken sie also auf kristallica.de und jetzt viel spaß beim shoppen unsere kommt frei klicken sie auch holen Una Klicken Untertitelung des ZDF, 2020